um ein neuer und willkommen zu einem nächsten folge von links der league of legends heute mit einer vollkommenen preemail truppe jibia 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 heute ja danach ist ihm sogar an heute mit der weiten Tänker hallo die Lager dabei das war es so motiviert die Trenn ist mit dabei rei heute sogar ohne dieses Haus gehört weh du verkackst und die Lorenz ist mit dabei in der Tat und ausgezeichnet das hat so weit weg die Wachstumsphasen so also das letzte Spiel das war ein absolutes Trollgame also das war gen-tastisch das war laristastisch einfach nur Eologismus ist aber schlau ich das Thema in der Wegenstunde denn wir waren die Wupptizität in Dosen das reicht so ja kritische Schwellen überstunden ich bleibe es einfach aus Protestia als Wort stehen das ganze Spiel ich kann nichts dagegen tun oh ups ja du musst hier aber eine Männchen mitten auf die Lange stehen sorry ich hab grad mein Krupp oder beim Baron Pils halt das ist lustvolles ja mach ich nur ich muss grad mal hier mich zurückbringen waaah ich bin unsichtbar how can you see me kannst du vergessen Rachel sieht dich überall what is the team of sales ich muss dich doch verhaften alles klar geht du mal das hört sich nicht schlecht an aber pass auf die drei Inch die kann gefährlich werden wie ist denn Aries so gelut? ähm sowas ganz normal das ist voll de mord das ist voll de mord einfach farmen zum anfang und auf Level 6 wo sie sich eigentlich sehr flöten können wenn du einen Fehler machen kannst oh diese Chenne mir reicht schon super vielen dank leute ähm kein Denker kleiner Tipp noch Sarah du gehst mit Kälte und steckst du ja dein passiv ne ne komm ähm 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 zack zack das heißt du machst du mehr Schaden was so wir haben an sie werden die mir auf der Türbeläne wir haben einen Luchs in der Mitte das heißt allerdings auch wir haben einen Weiger und ein eine Erschaffung und nehmen ich habe vergessen ein wildes Nein ja ähm Knapp-Jungle ich weiß nicht das Knapp-Jungle ist sowieso einfach ein kleines nervigs Pokémon und dann ist absolut nützlos für mich Pokémon und wir haben dort geht der Maul aber man muss unbedingt mal wieder Pantheon spielen dann muss sie und du wirst und die Pflicht was schon gell ich hab auch gut und so vorhin das war irgendwie zu wenig sooo soll ich in der Mitte ganken? ja die pusht voll das ist wunderbar pusher so gut nein die Kanone ok kannst angreifen naja ich kann äh du bist mit Farmen beschäftigt ich weiß aber ich wart hier grad ne ich kann nicht angreifen guck doch weißt du was und go ein er ist von neuestem Parkland ach halt schaden wow 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 schön das erste Lerbe so aber das war gentastisch Böck gekriegt so ich finde das so gut abwürdigstunden Bauer. Oh, ey, das ist knapp. So, soll ich dann als nächstes auf der Top-Lane spielen. Äh, ja, spielen. Gang zu Top-Lane ist schon wieder verloren. Taker, streng dich mal. Fahne, ich bin Tero. Lass uns vorspielen. Also, ne, nicht selber, sondern versuch zu freeze. Ich habe außerdem falsch geskillt, das erkläre ich mir, warum kein Schaden ist. Ach, was? Bist du auf AD gegangen? Echt die Hedgehocker? Gehen wir drauf. Nee, ich hab nicht... Einfach nicht gegen die Wand laufen, dann wirst du nicht gestunt. Ich stehe in so einer Kacke. Du wirst nur gestunt, wenn du gegen die Wände läufst. Jara, bist du ein Pavian? Alles gut. Nee. Die wärmen doch immer mit Kacke. Und da sitzen sich auch öfters mal rein. Karsten, du bist so romantisch. Karsten. Das ist das Thema für das erste Date. Pavian, ja komisches Freizeitfall. Ihr seid sein Verhalten mit Humus. Klar, wenn der Gnar Gang kommt, dann töten wir die Esch, okay? Ja, genau hat man viel Lewe. Ich denke nur, dass der... Was war das? Ihr wollt Deluxe holen? Die Lüxen. Die Lüxen. Die Lüxen. Asch. Ich komme auf die Top-Lane, würde ich sagen. War so gut aus. Verdammt mich ganz schön nach der Augen. Was machst du denn? Halte, der hat jetzt schon 74 AP. Was ist denn mit dem kaputt? Hält er nix aus? Ich auch. Ja, aber warum hat er Doran schief eigentlich genommen? Okay, kannst du angreifen, Markus. Ja, stimmt. Geht aber zuerst raus. Nein. Wie ist das denn passiert? Ja, aber was nicht denn? Weil ich jene den Kill klauen wollte. Klauen. Du weißt, wie ich drauf bin. So, willkommen. Wie ich mit Katz. Wie ich mit Katz. So, willkommen. Wie ich mit Katz. Wie ich mit Katz. Wie Biskas. Oh, das ist spannend. Epische Action. Kaufmenü. So, Timo mit satten 190 AP. Lara. Äh, Jenna. Mit 800 AP. Jetzt bin ich bei dir. Lara. Eigentlich muss ich dich zu erzeugen. Mit 800 AP. Und, oh, dieser Trash, dieser Hook. Ist das verrückt. Gott, jetzt weiß ich aber nicht ein Ding. So, schauen wir mal. Also, würdet ihr hier nicht so brutal pushen auf der Botline, hätte ich unten mal vorbeigeschaut. Vorsicht, da ist ein Knarr. Ja? Ach, schon. Wenn ihr den Knarr seht, immer schön ping und die anderen darüber informieren, wo er gerade ist. Knarr ist auf dem Weg... Wenn er zum Beispiel der Toplane ist, wenn er uns das sagt, dann wissen wir, dass wir hier erstmal keine Gefahren erwarten brauchen. Der ist eine Midplane, ist Richtung Topplane. Alter, ich hab mein Jungle-Item vergessen. Das gibt's ja nicht. Ist ja verrückt. Also, nennt man Jungle-Item, sondern... Ja, das... Ich glaub... Die holt sich grad' los. Ja, wollte ich grad' los. Die holt sich 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 grad' los. Aber... Knarr ist schon, wora bei mir? Wenn ich ein Hocker, dann kannst du gleich kommen. Wenn ich ein Hocker, dann kannst du gleich kommen. Nein! Hier soll's los finden! Jo... Bringt's was, wenn ich unten vorbeikomme? Okay, Angriff! Go Lorenz! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Das Knarr ist irgendwo da. Oh, wo ist das hin? Jo, ist klar, oder? Jetzt hat sich ein Mega-Nach verwandet, das scheiß Vieh. Ist das ein... Ist das ein... Ist das ein... Ist das einfach nicht super Pokémon. Jo, welches ist fast Toten, da verwandt sich das riese... riese Vieh. Da hat's grad' Leo, irgendwo. Schenkotten. Ja. Das war schön, dass ich genken konnte. Schau. Ja, Laura hat den ersten Glück. Das ist schon mal viel wert. Nee. Aber ich find's doch so ein bisschen doof, dass ich jetzt dafür kein Siss bekommen habe. Ich sag mal, der Scheiß nahe geht der eigentlich auch mal junglen oder ist der nur bei mir in der Mitte? Ich komm gleich zu dir hoch, Markus. Ich mach doch die Reds, geh in die Base und dann komm ich. Jo, noch so Zeit. Alter, soll ich jetzt abbrechen oder was? Jetzt bin ich Level 6, jetzt bin ich auch mal nützlich. Äh, du bist grad bei mir durch die Tower durchgerannt. Ich? Nee, Markus. Leider ist natürlich bis dabei nicht. Ich hab' immer Timo, um reulig zu sein auf der Topline. Jetzt hab' ich zwei mehr mit, äh... Geht's jetzt schon mal? Ich hab' die Resistenz gegen Spins auf dem Weg. Das ist ein Problem. Holte den Bluberfers. Deine Holte den Bluberfers. Dann fahren wir einfach mit dem Co. Richtig. Mach' jetzt so ne Trau, oder was? Ein reiches Wünsch den hole, Markus. Sollte, ne? Mach' dir nix. Da steht das, stimmt nicht. Ne, das mag' ich mal. Geht's mal. Alter Finne! Jetzt kann ich sie rum ganz vergessen. Das war schon... Läuft nicht so ganz. Das ist gar net lustig. Das ist nicht lustig, Leute. Dann feed' ich halt ein bisschen die Botlin und die Mitte und dann passt das Ganze wieder. Die wird nicht gefeedert. Ich feed' euch, nicht den Gegner. Das ist mein Daumen hoch. Vorsicht, da kommt ein Fladin hier. Alter, der hat 103... Ja? Komm' aus der Erdsch in die Mitte kurz. Brauchst du Blue? Redbar. Ne, ich muss jetzt die Erdsch nur weg. Steffen, ein bisschen die Mitte. Ja, das hab' ich schon verstanden. Boah, geht dir auch. Alter. Äh, die Mitte fehlt grad. Die ist grad' gestrungenen Blue abgehauen. Wollt ihr sie? Oh, ne, wollte ich. Na, das war doof. So, ich komm'. Gut. Ich dachte, ich kann die irgendwie... Yes! Ja! 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 Ja, mein Gott. Ja, mein Gott. Da wart ihr euch nicht gesehen. Will sie erstmal Blue haben oder Gang-Millers man? Gang-Mor-Flash, dann kann man ja der ja kommen. Alles klar. Und go'n. Na, komm' mal! Na, da rüber und fahren von mir. Ah, nö! Das war die Uldie, sorry. Jetzt brauch' ich du Blue wie eine Wolle. Jetzt haben wir beide was davon weiter. Wenn wir beim Blue sind und wir laden, wir kommen zufällig vorbei. Ah, guck mal, wer da ist. Ich habe noch ein Held. Alter, Finne. Ich komme dem nicht nachher. Pass auf, der Space. Der Space. Oh, 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 das ist gut aus. Gut aus, das ist sehr schön. Yes, ich habe ein Assist. Ich habe auch ein Assist. Ich habe Doppelbuff. Das ist ein Happy Day von mir. Das ist ein Happy Day von mir. Wollt ihr Gnade sein? Nein, nein, nein. Harst. Gib Pilzen. Ich darf das nicht. Geht zum Wann in die Gegend rein, Pilzen. Nein, Leute, seitdem habe ich Angst vor Pilzzuppen. Oh, diese Ash. Mit ihren Däubchenpfeilen. Ja, mit ihren fucking Butsch. Vorsicht, die Nahrung. Ja, ich habe es gesehen. So, jetzt wird er aber auch fähig. Ich nervte, das wäre egal. Wie gesagt, wenn ihr nicht so pusht, dann kann ich auf die Botling kommen. Nein, wenn doch die Line, in dem wir pushen. Brauchst nicht kommen. Ich habe lieber Toplane. Ja, Lacherkills wären nicht schlecht für euch. Verstehst du? Ich kann auch wohl nichts. Also, es steht 57 zu 14, da brauchen wir keine Kills. Wir können jetzt auch nochmal draken, wenn du magst. Yo, bin dabei. Ich habe gerade mal einen Uli sinnlos rausgehauen für eine Lux, die sowieso abgehauen ist, aber trotzdem. Was, echt? Ah, kommt, die kommt, wir können die töten, wir können die töten. Ich komme, ich komme. Ah, die haben mich ja trotzdem getroffen. Was ist das für eine Schlampe? Ich bin rausgehauen, ja. Ah, huch. Ich wäre fast reingeflasht. Ich denke, kill der jetzt. Ach, du Scheiße. Weitere, weitere. No. Nara. Sieks, das ist nicht. Meiner. Meiner. Verpiepst. Wir sind jetzt zu Lola für Draco, aber wir können unten den Tor noch nehmen. Hm. Oder schauen wir mal, im Moment. Ja, nee. Das wäre dann ganz nett, wenn du die Sperrlinse holen könntest. Das erleichtern wir dann auch die Gangs. Hm, in der Tat, ja. In der Tat. Sonst ziehe ich eine Kurve lang. Wenn du zurechtlern, ja. Oder wie war das bei Kalkofens Mattscheibe? Wann dürfen wir Base gehen? Was hast du denn? Äh, 1700. Dann nimm noch die Welt. Ah, tu. Warte mir noch drauf? Ja, der ist da. Allerdings kommt der gerade in die Mitte, glaube ich. Ja, dann kommen wir mal aus den Grischen. Markus, kommen Sie mit? Ich hole mir lieber für den Tor. Ah, Hilfe. Hilfe. Ja. Hilfe. Ja. 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 Entschuldet euch. Wenn kriegt hat Glück. Aha. Alter. Hold on. Yes. Ah, du hast noch. Sehr schön. Hat er zwei Witterkirchen gekriegt, aber... Was soll... Die Luchs braucht da irgendwo. Ich brauche ein bisschen Magieresistenz. Ich habe hier zuerst... Das fällt dir aber früher ein. Alter, Junge. Ich muss auch ein bisschen auf mein Jungle achten. Ein bisschen Rüstung brau'risch. Ein bisschen. Luchs braucht es. Ich habe gerade mal 142. Nein. Nein. Hast du gut. Sag mal, die sind so zweit in der Mitte. Die sind immer so zweit in der Mitte, ey. Ja, der babysittet in der Mitte, weil du besser bist. Ne, rafft er vielleicht, dass das Cape 2er Lane ist? Nö. Er ist schabt. Verdammte Scheiße. Okay, kannst draufgehen. Was? Geh drauf. Geh drauf. Geh drauf. Geh drauf. Geh. 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 Sieben. Geh. Ja, den kann ich noch mitmachen. Ja, das hab ich zu spät gesehen. Deswegen bin ich noch mal reingegangen. Ja. Vorsicht, Markus. Geh. Also du bist wieder in Blaine. Das ist gut. Ah, ich kann mir vor wie das übelste Opfer, ich bin schon fünfmal gestorben. Das hat die Sache, wenn man AP-Team, gegen die nachrichtigen. Ein AP-Team, gegen die nachrichtigen Team. Das deutsche Gut. Und ich kann halt auch nichts machen, weil die Ashe, so hab ich gepusht ist. Geh. 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 Geh, ge. Geh. Da müssen Toplanen auch, ich war nicht, ich hatte, Fladimir Push-Top. Das war ein Problem. Hab ich doch schon gesagt? Wir haben da noch einen Tower, also das geht noch. Ich hätte hier auch keiner zu, aber. Ich war gerade ins Töten verdieft. Ich hatte so Fladimir Push-Top. Es passiert können. du erzählst ja und ein paar Minuten später Hälber so gut bei mir gut doch aber ich habe zufälligerweise gesagt ja hat es nicht konnte sich müssten die Namen nur weil sie Brust hat das einzig das Zweifel kommen wir zum Tauern Prozent und auch hier ist auch hier ist das sind hoch nachdenken und neustet nur Vorsicht nach dem Sankt und erledigt werden zusammenbleiben und das war und jetzt ein Kissen wir haben auch so zu beschenken wenn man heißen 8 nach dem der Karten war die Rostrom in den Pro ausgewiesen das war das war das war als ich bin zu da waren zu viele Gegner drüber ich habe ihm 35 mal draufgeklickt mindestens mit in der Mitte des Verbrechen Ich bin am überlegen, ob ich meinen Stiefen nicht verkaufen soll und dafür auf Magieresistenz gehen soll. Wäre sinnvoller, ne? Gut, der Tower ist recht. Hm, ne, verkauf ich erst noch. Bin der aber tötz? Die Mitte fehlt wieder. Huch, ich wusste gar nicht. Haben wir die Laterne geklickt? Jaja, ich hab's irgendwie bisher. War schon ohne Umgang und dann hab ich die Laterne gesehen, weil ich nicht noch mal auch rumlaube. Mach ich immer. Ja. So. Wie wird er noch für EF? Ähm. Ähm. 6. 6. 4. 5. 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 6. 5. 6. 6. 5. 5. 5. 6. 7. ich darf ein bisschen die Mütter das ist Putin Oh, wo kommst du auf, Alter? Scheiße. Meine, 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 meine! Hm. Hab ich gern gemacht. Ich wär jetzt noch die Täschung wirklich die Kill geholt. Ich wollt' eigentlich noch haben. Jo. Ja, stimmt eigentlich. Der wär das Dorfspiel auch nicht mehr nützlich. Oh, das ist Ash. Oh, ich kleb nicht mal hier. Jo, krieg ich eh wieder. Von Fladimir von hinten, Vorsicht. Okay, dann raus. Weiger, 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 weiger! Leute! Leute! Hilfe! Was tut ihr? Warum seid denn schnell her? Also... Ja, war's tot. Ja, ihr sind alle wieder tot jetzt. Ja, die stellen mir alle. Verdammt, Jen, warum hast du dir geholfen? Ach, Alter, zehn, drei. Warum? Tut mir leid. Da ging vier von auf meine Kappe. Ah, was mach ich? Abhauen. Das tu ich. Das tu ich ja. Warum lässt du denn den Dauer noch stillen, vor allen Dingen? Geh dich mal in Baron executen. Lauf nach unten hin. Ich versuchte dich da unten abzufangen. Warte, 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 was war denn das für ein Flash? War nicht notwendig. Alles, damit du schneller wegkommst. So, jetzt hab ich mir die Geisterkuppen. Nächstes Item. Todesfing. Ja, jetzt ist mein Tor weg. Ja, alleine geh ich da mit Sicherheit nicht rein. Ich schon. Hecker, du musst halt die Top-Line pushen, sonst wohnt der Leute mehr die ganze Zeit. Mhm. Da, wenn auch. Ganz viel Spaß. Nein. Sag mal, willst du mich verarschen? Ach. Wo ist jemand? Danke. Da, wenn ich einen Haft hinbekommen habe. Ah, der Lack-mischstuch am. Da ist auch noch, ähm, um Scheiß. Oh, Mann! Wie weit fliegt das einem hinterher? Leute, zusammenbleiben. Vor allem, wenn wir sie weissen. So, schönen. ist als er in die See oder so ich bin leutern gelaufen und dann bin ich gestunt wo wenn man gestunt ist dann bleibt man logischerweise stehen ah der Weiger alles gut die machen Drake wollen wir sie mal stören dabei ich habe kein zweites mein 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 zweites auch unter gut gemacht die könnte eigentlich sein dass du den bekommen hast ich habe den weg ist meine der fast kein Leben mehr gehabt das er hat er gegründet wenn man mit und deswegen ist es nicht möglich die Arbeiten aufbauen ich bin ein paar Wettbecken und muss ich erst noch muss ich noch die die erste eine Werte noch nicht mehr was in der Armst ist und ich weiß der Dauer um in den Konzern die Kinder kann ich auch abwarten Zack so es wird doch langsam weiger kommt das die Badlands egal wo geh ich denn jetzt hin? immer so denken also was haben wir jetzt erreicht? wir haben jetzt oben ein Tor, Mitte ein Tor, unten ein Tor wir haben noch keinen getötet sieht auch momentan nicht so aus wir haben ganz gute Vision dank der Pilze ich bin achtmal gestorben das heißt wir können erstmal nichts anderes machen als fahren und auch Fehler der Gegner auch einfach ein Knarr vor allen Dingen weil wir ja weil es momentan noch ein knappes Spiel ist ja das stimmt im Moment ist sie ausgeglichen da kommt runter das meint oh Vorsicht, ich komme einer auf die Botlin tja gut dass er über ihn hingepilzt hat ich denke ich komme noch mal auf die Toplin oder brauchte mich hier unten das ist klar das ist klar töten ah fuck das ist aber schlecht oh also attack ihn einfach, auto attack ihn, das ist einfach komm und auf gehts und rauf nein 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 was klarer Leistung oh das ist ein mega Knarrer alter Knarrer aaaah so er ist weg TP, TP ach auf der Fall Laterne, Jane Jane ich kann nicht draufklicken wenn alle grad draufstehen ja aber du bist dann mit Ulti weggesprungen alter von naja ich versuche mit der Ulti dann du bist mit der Ulti naja wenn ich andere Stelle nicht wegkomme versuche ich so das mach schon du wir versuchen den Tower zu retten ja den kannst du nicht mehr retten das war so Kriterien Fähigkeiten, Stärke und Magieresistenz Hüllenzepter hat irgendeiner von euch einen Hüllenzepter ja schöner hat er es so verwendig schöner hat es das ist der Schnaff da da tut er weh Kran dann schaust bei mir oh das ist so böse Gefieder 543 AP aber hier stehen ich brauche uns recht ich bin 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 du naja ich sag mal so ich geh's ich hab gesagt nein du bist rein geworden Ja, ich war aber auch zu Team- ich war aber auch zu Team- ich war aber auch zu Team- ich war aber auch der Letzte, der überlebt hat, nur so zur Info. Ja, du bist ja auch tanky. Ich hab 283 Magieresistenz mit meiner Fähigkeit. Boah, wir hatten da Fragen jetzt. Wir müssen trotzdem als Team zusammen überleben, um die Falsse zu gewinnen. Das ist kein schlechtes Argument. Ähm, Dragan ist in anderthalb Minuten. Langsam orientieren. Ich komm dazu. Okay, kannst draufgehen, Lara. Die soll draufgehen! Ja, da! Guck, guck, guck! Ja, damit die mich gleich wieder zufrieden. Genau. Warum? Weiß nicht, was du willst. Du hast doch überlebt. Ja, ne. So knapp. Und? Lebst du oder lebst du nicht? Ja, weil bei Support noch keinem. Siehste. Alles kalkuliert. Ich baue verloren. Ah! Hilfe! Ist noch jemand für Top-Clean? Ja, aber die pushen gerade die Top-Clean durch, wie was Blödes. Ja, das ist auch krass. Das war auch weg. Es ist Top. Der kommt los auf. Ich hab grad keine. Ich hab grad keine. Okay, dann schau. So. Puh! 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 Mach der den grad? Mach der den grad? Na schau. Kann er die Lux töten. Ich komm mal in die Mitte. Den grad, den grad, den grad. Wenn der in die Mitte kommt, dann kann ich mithelfen. Oh, passt! Der hat doch getroffen. Dich noch. Laterne, Laterne. 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 So schnell tot. So fast. So ist das Jacob. So kann das schon 5, 2, 5, 5 sein. Wenn überhaupt. Ja, das Problem ist, dass der Wladimir, wenn er noch keinen Sonne ist. Weg! Weg! Dann hol ich dich auf mal. Ich will nur noch umstellen. Der ist Haug oder noch,!!! Das ist so traurig war so gut! Den können wir kriegen! Ara! Huch! Jesus Alнок, wann.. Hä? Oh, Mann. Was dir das ging mir grad ein bisschen zu schnell?! vielleicht lauter reden was hast du gesagt raus 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 ich hab gar nicht gesehen wie ich da hingekommen bin ich glaub das knarrt mich dahin gefeuert was geht mit dem der hat so viel Vampir das ist Wahnsinn ich glaub das Spiel kann man gewinnen dass wir das Spiel verlieren aber Lara hat einen Kill gemacht war das jetzt so schlecht vom Fall naja es ist halt gut gegangen das war schwer zu sagen aber hätte sie sich halbwegs vernünftig angestellt hätte einer den Ulti geblockt und sie hätte nicht getötet weil es war halt ziemlich nahkampf wohlzü entschuldigung das Spiel ist eh verloren die die Mitte war so gut oh der Jungler der war grandios zehnmal gestorben ich bin hatte Tengel ich muss engage dann hat sogar auch gut halt wien so ein Geld ein Team geht immer vor ich werde einmal die Kämpfer ein aber doch er war nicht denn dann nicht kämpfer wollen brauchst du ja wohl noch drüber gehen? noch, dann ist recht versuch noch was zu lernen, komm wir machen noch mal ein ordentliches Team mit wir machen gerade Drake das können wir eigentlich nicht verstehen machen wir nichts dabei das ist schwer der Gnar hat halt irgendwie aus irgendeinem Grund 192 Farben im Jungle das ist ganz schön heftig hat er nicht der war die ganze Zeit bei mir auf der Lane hat bei mir gefahren das ist wie das der hat das nicht im Jungle geholt da hab ich nicht geklärt also wenn er da kämpft der war fast ausschließlich nur noch bei mir das wo die Looks bei euch war ich weiß nicht wo die Looks war die ganze Zeit deswegen hab ich mich ja auch die ganze Zeit beschwert von mir das geht's wer das 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 es die Hat er jetzt... Oh, der hat Hunger noch. Oh, der hat Hunger noch. Oh, der hat Hunger noch. Ähm, nöööö. Ah, okay. Gnarr hat ein sehr lustiges Item-Bit. Hä? Was für ein Item hat er? Gnarr hat ein sehr lustiges Item-Bit. Wow, richtig. Shit. Oh no. Real dick move. Hm. Ich find jetzt wer. Ja, Arno. Der Jugger ist tot und zwei Leute sind weg. Barron, go fort. Aber die pushen... Ja. Wir gehen nur dem Wort, wir gehen weg. Ach so, wir gehen weg, okay. Na, das kam ein bisschen. Ich hab' nicht gewusst, dass die bleiben. Ich muss eine Wärme machen. Scheiße. Auch mal ein Spiel zu. Komm. Schrittbar. Das war schlecht. War zu riskant. Das hätten wir uns riskieren können. Doch, Leo. Ja, wir haben alle gesungen. Ja, die esch, die esch, die esch. Fuck. Tonto, tonto, tonto. Ist zu weit weg. Oder soll ich hinterherflaschen? Nein. Jetzt bringt's eh nix mehr. Weg, jetzt weg. Bleiben wir nicht. Alter, der kriegt durch seinen Vampirzauber 372 Lebenspunkte. Wenn nicht, nicht alle auf einen Haufen steigen gehen. Nicht drauf, nicht alles drauf, nicht alles drauf. Der ist Tank gewesen auch. Ja, und jetzt weg, 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 weg. Ulti ist raus, Ulti ist raus. Oh. Oh. Hat mich gewonshotet. Ja. Ich werde jetzt üben. Oh, er hat mich gewonshotet. Oh, ich hab ja auch fast gelesen mehr, war das er. Ja. Ja, ich hab ihn geflayt und... ... ist nicht rausgekommen, aber... Okay, danke, der Mensch. Schön. Yes. Happy. Einer Wurzeln klären, einer Wurzeln klären. Wird ja. Gut. Und der Rest macht dann... Baron, ne? Was war das? Ich hab gesagt, Quarknett. Das war keine Frage. Das war ein Vorschlag. Das ist ein himmelweiter Unterschied bei mir. Eben. Wer will ihn jetzt Baron machen? Das ist doch keiner da. Schade. Wir... Bei uns sind alle da, bis auf die Lara. Ah. Ah. Laura, der der aber meist schaden macht. Das ist auch Eddie Sieben. Eben. Den Bröschmach. Ja, den Bröschmach. Ja, den Bröschmach vielleicht zum Baron machen. Ja, ne, ne? Ja. Eben. Eventuell. Wollen wir uns dabei, gerne mal... Da ist... Da ist... Da ist... Da ist der... 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 Easy für ihn. Hier, guck da so. Ja, easy für ihn. Ich hab's gesehen. Ich hab das ganz alles gesehen. Ich bin froh, dass er nicht auf Sonja's gegangen ist. Das hat mir schon gereicht. Tod ist Tod. Tja, trauere. Ich muss wundern dich noch. Ich hab' einfach so... so dumm, dreist, aus der Base gefahren. Völlig. Wie denn sonst? Ich lass noch was gehen auf den Rad. Auf der Entfernung kannst du ruhig mal gucken. Auf der Entfernung kannst du ruhig mal gucken. Was könnte knacken? Das könnte knacken. Ich bin auf dem Main, ich kann schon Top-Name. Ich bin auf dem Main, ich kann schon Top-Name. Hier, die locks, die locks, die locks. So, ein Clear-Item. Wot-Clear. Hallo? Ah. Ja, geht mal. Klaus. Ich bin auf dem Weg. Kick jetzt. Die Sweepen-Mens hier. Ich glaub' der Herrd ist nöt. So, wenn du musst lauter sprechen. Du redest fast. Ein rotes Twinket, da hin. Was an Twinkets? Können wir Blue nicht machen? Ich brauch'n nicht. Ich hab genug Mana. Ich schau. Ich sport mal in die Baron. What? Ah. lihat богbout. Ich kann nicht Wexit meiden? vised, weiht vet woher raus! Weg 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 weg, weg 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 weg. Not den Litoten auto! auch wir wollen nicht drauf gehen oder schweißen weiter und drauf und drauf 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 das dauern wie sie es nicht unbesiegbar auch hier und jetzt weg aber sehr schön Ramos Alter überbecken nicht nicht ich bin aber gut ich mache mir drauf ich glaube die haben einfach sieben Kills mehr als ihm umgott weiter weiter Alter, Alter, was ist mit dir falsch? Das ist ein Pilz. Pilz ist der Verdammnis. Teto! Wer soll ein Pinkboard kaufen? Du! Ist gut. Nee, ist gut. Nur wenn er noch ein Scheinplatz ist. Ah! Was ist das? Was ist das? Holst du? Alter Lorenz, du labasch ganz schiller. So stößt noch nicht gut. Direkt vor der Kursche. Ah, Markus. Get out of my way. Da ist niemand in deinem Weg. Alter, das kleine Timo. 476. Ah! Lava schön mit hinten bleiben. Ja, da oben ist ein Pinkboard dran. Nee, hinter. Geht's noch drauf. Oh nein! Aha! Oh shit! Nein, jetzt nicht mehr da rein. Bye bye. Weg, 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 weg. Okay, da hast du noch drauf. Let's change, du. Alter, die ist klar. Wie schnell greift denn das an? Doch, ne. Doch. Was ist mit dem... Was ist mit dem kaputt? Aus dem Weg. Nee, also, ich kann ja nichts mehr machen. Denn Hippitor ist down. Was haben wir doch kurz durch? Warum portest du von da weg? Ich lass mal ein bisschen Zeit. Das ist schon Level 18. Das ist schon ganz groß. Auf die Ash. Oh. Doch, ja. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Tja, ich darf mich nicht hingehen. Ach du Scheiße. Ja, Mann. Ja, du, ich darf mir nicht hingehen. Ja, ich schlafe. Was. Warte vor. Kann ich hin einen da haben? Kann ich denn eine Filzbein? Kann ich jemanden erklären? für Kürtel aber auch wenn es nicht muss er solltet daran liebt noch ein Stück Timo das heißt aber auch nicht es ist was macht man bei der Zeit waren nicht in der Welt das ist ein Ort der Kategorien das nennen sich ein Drive-By Shit! Hat funktioniert! Du was! Wow! Du was! Devo, du wieder! Ja, ich bin nur 7 Sekunden da, aber... Rest in peace! Alter, ich bin erst in 15 Sekunden wieder da! Das ist ne Fun-for-Playing-Thema! Das war geraped! Das war geraped! Let's pushen! Let's pushen! Wait! I need this! Out of my way! Durchgebotten! Ja, mach das! Ah! Huh! So viel Wasser ein, die all in der Downsdrege! Uh! Huuu! He? 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 Ich glaube, es wäre ausgewiesen, wenn es Baran mal gemacht hätten. Wow! ab und da kommt man zum anieter anieter anietmann scherz arp bevor sie den jungen orsen und so schloss hier es gibt die mutier bis zu kurz auf Oh-oh. Die sind aber nur zu zweit, warum nur? Nix, nix gern, nix gern, komm weg. Okay. Ich zeig, ist zureit. Trash, ich hab Angst. Der Ash ist eigentlich bei den Saunus los. Der Glass, der Glass, der Glass. Wieso funktioniert das bei mir so schlecht? So, das ist halt die Besser-Uli, jetzt kommst du nicht weg. Klick die Laterne, klick die Laterne. In den Cage rein. Stink, mitten im Cage drin. Ähm, können wir barren? Ah, du Scheiße, die Fresse. Ach, du Scheiße. Bin gleich wieder da. Snap-Wall. Nein, das reicht bei mir nicht. Lauf einfach, lauf einfach, lauf. Scheiße. Ah, der... Schafft die Laterne. Ah, wuh. Uh, wie sie kämpfen, die Winnings. Aber die Champions sind trotzdem... ...so brutal. Die zerreißen sie einfach. So müssen wir's machen. Ja, endlich. Let's mal catchen. Und dann ist ja unglücklich, dass das Ding noch nicht sein muss. Oh Gott. Ich komm auf die Toten. Das... Im Ernst, der... ...Fladimir, der kann ich ihn echt nicht schlecht. Wenn du den tauntest, können wir den sogar töten. Ja, gut. Bin am Weg. Unten auch geht's. Das ist halt die Sache. Man kann nicht taunt den, wenn er... Ja. So, jetzt der... W-w-w-w-w-w-w. W-w-w-w-w. Der macht meine Blu-Ohren. Vorsicht, die versuchen, den unteren Inhibitor zu kriegen. Das gibt's ja ein wichtiger. Du hast ja schon kurz zu mir gesagt. Das war ins ganze Team. Ne, was hast du gesagt? Da gibt's ja jetzt versuchen, den unteren Inhibitor zu bekommen. Der hat ja auch gar keinen. Ja. Ich hab nichts lassen. Wir müssen jetzt wieder Beren gehen, ne? Haben wir die Inis wieder? Dann pushen wir eine Welf nach den Inis. Unbedingt noch eine Welf pushen. Okay. Dann zieh mir jetzt nicht den Inis. Okay, zwei Bot. Lama. Gimma. 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 Drei Bot. Ihr könnt eigentlich ein Gatch. Okay, und go. Go. Also, ich muss weg. Schön, schön, nice. Alles gut, alles gut. Nicht Chasen Baron. Nicht Chasen Baron. Nicht Chasen Baron. Ich wollte gerade klicken. Es ist mein Schreiber. Alles gut. Ich wollte gerade klicken. So. um nach dem Weg das ist natürlich extrem geil das geht schnell aus dem Kanzler der gebeten abgefahren wir gehen weg und wenn die anderen ist nicht catchen lassen auf einer Tänkylist ich geh lieber schau mal den schwulen Geist den schwulen Geist ich hole mir den Wicht den Wicht-Tichtur weg da zum Blendikon Decker wegbauten du laufen ich rolle jetzt haben sie gemerkt, dass wir einen Barron gemacht haben jetzt kriegen sie gleich eine Wutkraft hatte und stürmen die Base so, theoretisch können wir die jetzt behalten wenn wir sie noch einmal catchen die sind die Biker von mir keine Wouts, die sind keine Wouts also wir können auf der Seite hier auf jeden Fall campen wenn du dich irgendwo unsichtbar hinstellst auf die Lame oder so das wollen wir auf den Wout haben so macht's aus, weißt du keinem Futter reicht's noch, der wird nicht reichen reicht nicht Na Leute, alles klar bei euch? das ist echt die Frage, wenn der Wladimir reingeht push noch die Welfs Rod pusht hart, wir können ja echt top gehen und top weiß'n den bleibt noch Mitte Mitte dann kommt der ein bisschen topset müssen wieder einen kriegen eingefokust so so reingehen hab, 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 hab gut geil, die passt ja ja mit Tor mit Tor mit Tor gut einer ich tank den ja, tank, tank, tank Patrol, sorry das ist schön ich glaub das Blatt könnte sich nochmal wenden ja, ja kannst du den auch noch denken? jo, das geht und go ach ach die wieder nehmen dann weg jo ja ne, wir können sogar bleiben, wir können sogar finishen es wird nicht lang zum finishen oh, das reicht komm, raus aus dem Tor, raus aus dem Tor, raus aus dem Tor auch wenn ihr tanken müsst, brauchen wir es bleiben oh jesus maria ja das ist doch gar nicht lustig ins Spiel andererseits ach du Scheiße alter ich hätte nicht gedacht, dass wir das noch machen ey Report Lux wie sie jetzt wieder einen Schuldigen suchen ach, aber das geht doch runter wie Öl sowas unglaublich, was ich dir abgebildet hab und trotzdem noch die meisten Kills, ne ja klar ja gut, ich sterbe nicht umsonst, aber ja, ich bin auch nie umsonst gestorben auch wenn ich manchmal sinnlos engaged habe und ich würde sagen, mit diesen Worten und diesem geilen Sieg dank gutem Teamfight bänden wir mal diese Folge auf Wiedersehen Leute tschüss 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017